Ich konnte einmal durch den großen Bogen in die Antike eintreten. Es ist ein kluger, nachdenklicher und nachdenklich machender Film. Der Ort dieser Zeitreise hieß Palmyra. Es geht um die Zerstörung der syrischen Ruinenstadt Palmyra durch den IS im Sommer und Herbst 2015 und im Frühjahr 2017. Guten Morgen. Es ist schon Mittag. Es ist schon Mittag. Der islamische Staat ist schon längst Realität geworden. Auf was wartet ihr denn noch? Auf was wartet ihr denn noch? Damals hat der IS die wichtigsten Monumente dieser einmaligen Städte zerstört. Wie sollte ich damals ahnen, dass dieser ganze antike Lebensraum bald zerstört sein würde? Die großen Tempel, die wichtigsten Bestandteile der großen Kolonnadenstraße und die Grabtürme, in denen die Geschlechter der Stadt im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus ihre Toten begraben haben. Ich begann an dem Begriff Weltkulturerbe zu zweifeln. Hans Budnys war in Palmyra und hat alle diese Monumente noch in ihrem ursprünglichen Zustand aufnehmen können. Die vergessenen Ruinen von Palmyra waren einst von sehnsüchtigen Europäern verklärt, dann ausgebeutet und restauriert worden, um heute als wertvolles Denkmal in einem Kulturkrieg unterzugehen. Aber sein Film handelt nicht vordringlich von der Trauer um die verlorene antike Städte. Ich möchte in diesem Film ein unwiederbringliches Bild von Palmyra überliefern. Eines, das die Antike nicht von der Gegenwart der realen Menschen isoliert, die von ihr lebten und die sie als ihre Heimat liebten. Und er zeigt, wie, zumindest im Jahr 2008, der syrische Alltag an dieser hochtouristischen Stelle aussah. Er spricht mit Händlern, er spricht mit einheimischen Jugendlichen und er zeigt, wie sie umgekehrt auf uns schauen, auf die Touristen, die damals Palmyra noch reichlich bevölkert haben. Mit anderen Worten, er redet über die gedankliche und dann auch faktische Aneignung dieser Ruinenstadt durch den Westen, durch Europa. Ein Film, dessen Bilder einen noch lange begleiten und genau das richtige Gegenmittel gegen die Nostalgie, die uns befällt, wenn wir an verschwundene Altertümer denken.